wunderschönen guten tag zu diesem kleinen breaking news video und heute geht es mal um nintendo und pokémon während man ja immer gedacht hat game freak kommt irgendwie mit allem durch bei der pokémon franchise und man am neuesten ableger wieder sieht qualitätskontrolle ist da nicht wirklich vorhanden momentan denn wenn man gerade pokémon und glitches eingibt dann findet man 1000 sachen dann könnt ihr euch eventuell jetzt freuen es ist zwar nichts offizielles also nintendo hat jetzt noch nichts großartig dazu selbst gesagt aber einige reddit user haben einfach beim nintendo support angefragt und haben gesagt hey ich habe das ding im e-shop bestellt aber läuft wie nichts gutes sagen wir es einfach mal freundlich und haben tatsächlich ihr geld zurückbekommen und das ist doch mal eine erfreuliche meldung aber das bedeutet natürlich noch viel mehr denn nintendo und game freak sind ja immer so naja wir kontrollieren nicht so richtig was game freak da macht dafür dürfen die unsere millionen zeller denn im grunde genommen verkaufen und ja das ist jetzt schon mal ein zeichen in die richtige richtung vielleicht hat die wertung von pokémon kamisieren und purpur auch nintendo so ein bisschen wach gerüttelt und habe jetzt gesagt oh das ist nicht gut was da gerade abgeht mal sehen wie das jetzt in zukunft kommen wird ob nintendo sich da in zukunft vielleicht sogar ein mischt denn die pokémon company sitzt ja mittlerweile mit game freak zusammen im selben gebäude schauen wir einfach mal das wollte ich euch nur mitteilen und noch ein kleiner hinweis ihr könnt gerade risen also das heißt das remaster schon jetzt reduziert als retail fassung auf amazon bestellen für 1999 schon zehn euro reduziert wird es jetzt rausgehauen das ist mal ein preisverfall den ich begrüße dadurch habe ich mir jetzt auch vorbestellt mal sehen vielleicht fang ist ja sogar an gut ich wollte euch das nur mitteilen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag mit dem abend bis zum nächsten mal und so